Musik 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 Applaus Applaus Mein Abend, ganz herzlich willkommen zur Tele-Bern Musikstube. Tele-Bern Musikstube heute aus dem Berner Oberland, Gneller, wir sind jetzt Gast an Prienzersee, oder noch Gneller in Prienz und ganz genau im Hotel Prienz. Was passiert alles in Prienz in nächster Zeit? Wir werden zu einer oder zu anderen darüber reden können. Wir haben auch Gruppen, die nach 43 Jahren aufhören. Wir haben natürlich sonst noch viel, viel gute Musik in dieser Sendung. Und da anfangen wir rassig und fettig mit einer Formation. Sie kommen von Grindelwald, Schweizer Rökeli Quartett Gemsberg. Und Sie haben eine aktuelle CD, das ist der Gemsche Pfeffer. Passt doch gut in die Jahreszeit. Dort ist ein Titel drauf, den Paul Lüönd komponiert hat. Und das ist der Ingebohler Lüönd. So heisst der Marsch vom Godi Schmied. Entschuldigung ist der natürlich. Godi Schmied mit Ingebohler Lüönd. Rissigen Applaus für Schweizer Rökeli Quartett Gemsberg. Applaus Rissigen Applaus 才ugs i Sie wollen sie sind Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020